Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixi Dackel Folge 16 Auf Wiedersehen und bis bald Guten Morgen, Trixi, und guten Morgen, Bernd, hört man Cassie flüstern. Ihr seid doch schon wach, oder? Na klar, ruft Bernd. Trixi gähnt und spricht natürlich Cassie. Komm, wir gehen in den Garten. Es wird ein schöner, sonniger Tag. Cassie läuft traurig hinterher. Trixi fällt es nicht auf, aber Bernd hat es bemerkt. Sofort fragt er, was denn los sei. Cassie, du guckst total traurig, was ist denn los? Cassie zögert. Nun fragt auch Trixi, was ist denn los, Cassie Meerschwein? Wisst ihr, sagt Cassie, ich muss euch wohl lebewohl sagen. Ich habe ein Gespräch mitbekommen, ich werde abgeholt. Ich meine, auf eine Art freue ich mich auch, wieder zu Hause zu sein. Auf der anderen Art fühle ich mich hier bei euch zu Hause. Oh nein, sagt Trixi, ich vermisse dich jetzt schon. Bernd überlegt kurz und sagt dann, Hm, kleine Cassie, das klingt sehr traurig, aber wenn du dich auch etwas freust, mal wieder zu Hause zu sein, dann ist es ja mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Bernd nimmt Cassie brüderlich in den Arm, so wie es nur der echte Bärenschäferhund kann. Trixi ruft laut, hey Cassie Bär, dann ist es doch kein Lebwohl, sondern ein bis bald, oder etwa nicht? Du kommst sicherlich bald wieder zurück und dann erzählst du uns von deinen Abenteuern, okay? Abgemacht, ruft Cassie. Nun blickt sie fröhlich und zufrieden. Aber ihr erzählt mir auch von euren Abenteuern, okay? Cassie, sobald du zurück bist, wartet ein weiches Blätternest an der großen Eiche auf dich. Hier können wir uns dann alles erzählen, was passiert ist. So wie wir es immer machen, sagt Bernd. Trixi bittet Bernd, sich an erster Stelle zu positionieren. Bernd, ich stelle mich hinter dich und du, Cassie, kommst hinter mir. So gehen wir der Größe nach durch den gesamten Garten. Bernd, du gibst das Tempo vor. Denn bevor Cassie sich auf den Weg macht, erleben wir zu 100% sicher noch ein Abenteuer. Das wird sicher unvergesslich, ruft Cassie den beiden zu. Und natürlich lässt das Abenteuer nicht lange auf sich warten. Das haben sich die drei auch verdient, oder etwa nicht? Vor ihnen, direkt am größten Strauch im Garten, ist eine kleine Pfütze. Hier hält eine Taube ein ausgiebiges Bad. Hurra, ruft Cassie, ein neuer Freund, der Tag ist gerettet. Trixi ruft der Taube zu. Hallo Taube, ich bin Trixi Dackel, Teammitglied von Bernd Schäferhund und Cassie Meerschwein. Wir sind ein freundliches Rudel. Hurra, ruft die Taube, hier ist ja doch etwas los. Man hatte mir gesagt, dass hier im Garten nie etwas passiert. Ich bin Tilly, Tilly die Taube. Hallo Tilly, ich bin Bernd Schäferhund. Ebenfalls festes Teammitglied vom freundlichen Rudel. Hinter mir ist Cassie Meerschwein. Cassie stellt sich ebenfalls vor. Hallo Tilly, auch wenn ich heute abgeholt werde, bin ich sicherlich ein festes Mitglied. Aber wer hat dir denn erzählt, dass hier nichts los sei? Das passt ganz und gar nicht. Wenn deine Federn trocken sind, könnten wir vier doch zu großen Eiche, oder Bernd? Na klar, ruft Bernd. Tilly, wenn du Lust hast, können wir dir dort einen Einblick in unsere Abenteuer geben. An der großen Eiche treffen wir uns sehr gerne für Besprechungen. Tilly ist einverstanden und die drei Vierbeiner machen sich zusammen mit Tilly, der Taube, auf zum Platz der Besprechungen. An der großen Eiche, versteht sich. Hier redet man stundenlang. Tilly bekommt immer größere Augen und merkt tatsächlich, dass es hier nur so von Abenteuern und Geschichten wimmelt. Sie mausert sich ein paar Daunen heraus, die Cassie direkt benutzt, um das Blätternest noch weicher auszupolstern. Wow, Tilly, deine Daunen sind mindestens so weich wie die Wolle von Möpper, dem Schaf. Dieses Abenteuer hatte Tilly besonders gut gefallen. Eine ganze Weile reden die vier noch über dies und das und über das und dies. Dann kann man allerdings die Klingel hören und Cassie wird gerufen. Oh, ruft Cassie, es ist Zeit. Ich werde abgeholt. Natürlich wird Cassie bis zur Haustür begleitet. Selbst Tilly verliert eine Träne, obwohl sie Cassie gerade erst kennengelernt hat. Bis bald, Fräulein Meerschwein, bis bald, rufen Bernd und Trixie. Cassie verabschiedet sich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, so wie vorausgesagt. Es dauert nicht lange, dann bin ich zurück. Wir sind doch ein Team, oder? Natürlich, Cassie. Nachdem Cassie abgeholt wurde, begleiten Trixie und Bernd Tilly die Taube nach draußen. Dabei unterhalten sie sich über Cassie Meerschwein. Dabei erklären sie Tilly auch, wie sie zu dem Namen Meerschwein kam. Dabei lachen alle drei. Es ist schön, trotzdem lachen zu können, Bernd. Auch wenn es wehtat, bis bald zu sagen. Aber wir sollten uns nun auf den Weg ins Haus machen, in unser Körbchen. Denn ich muss mich jetzt hinlegen. Denn ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.